Willkommen zurück Leute zu Xenoblade Chronicles. Es regnet gerade und ich bin immer noch in dieser Gegend, in dem Putan Hauptquartier. Kann ich nicht irgendwie nur... Ich könnte es sogar nur die hier machen. Ab von den einen habe ich etwas Schiss. Okay, ich habe ihn vorbeigeschlichen. Der muss sitzen, der muss sitzen. Das muss jetzt kesseln. Die können einen Kettenangriff machen. Die können einen Kettenangriff machen. Abhauen. Abhauen. Dankeschön, ich bin gleich neben dir. Doch, doch, ich gebe auf. O.M.G. Gegen alle die Kettenangriff machen können. Das sind dann richtig übel. Ihr habt doch sicher die rote Linie gesehen, oder? Das ist ein Zeichen dafür, dass sie Kettenangriff machen können. Bleib weg. Bitte. Nein. 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 Boah. Markstein Kamos. Psss. Mann, es geht auch wie aus Kühlen hier. Ah, hallo Bergschröte. Die ist zum Glück friedlich. Haha. Panzersteiner, Level 82. Logisch. Und hier noch eine mit Level 32. Sind zum Glück alle friedlich gesinnt und die hat sich eingezogen. Und ich glaube die schläft sogar. Nein, die Augen sind offen. Ja, ich hätte die Batterien wechseln sollen. Ehm und ich biege gerade falsch ab. Oh je. Ja. Vollkläffer. Zuerst ist ein Anführer. Der ist am schwersten. Ja, boy. Ja, keiner mehr alive. Ich habe nur noch 71 Leben. Also die Wölfe bedeuten richtig Ärger. Regners Leggins. Mit Sockel. Ich habe die normalen, oder? Ja. Dann tausche ich die aus. Oh, 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 oh. Ich bin gerade mitten ins Verderben gerannt. Nein. Manchmal ist Flucht die bessere Lösung. Aber ich muss da hin. Na toll, da stehen noch ein paar. Ich umkreise die jetzt am besten. Ja, ne, ist klar. Level 15 Bein spielen. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Ach komm. Eine Theata. Okay. Kann ich eine nicht... Muss ich die bekämpfen? Okay, gut. Elektro-Ethera da. Wo sind die Spine? Ach so, da. Hat der Lotus. Da geht es woanders wieder raus. Okay. Langsam, langsam. Okay, gut. Gut. So, da muss ich rein. Oh. Hätte ich doch auf die Karte geschaut. So viel, kurze Unterbrechung. Es geht sofort wieder weiter. Es geht sofort wieder weiter. Gott, ey. Hmm. Juju! Oh. Where have you been? Juju! Juju! Ah! Ah! Ah. Ich habe es dir ein paar Mal gesagt, dass wir nicht bereit sind, um die Kampen zu verlassen. Aber ich dachte... Juju! Sorry, Charla. Das Gerät? Sie müssen die Survivors von der Defense Force sein. Ist Colony 6 okay? Hat Gadot es geschafft? Hold on, was du mit? Wir sind von Kolonien 9. Kolonien 9? Sie haben mich von einigen Monstern. Das ist Ryan und Schulk. Oh, also Sie sind nicht von Kolonien 6. Danke für die Hilfe, Juju. Ich bin seine Frau, Charlotte. Ich sagte ihnen, sie könnten hier sitzen, mit uns. Sie sind jetzt? Ja, okay. Ich glaube, das ist nur fair. Was etwas passiert? Es ist Kolonien 6. Wir sind dort selbst. Kolonien 6 ist unser Haus. Es wurde von den Mekong. Ich erzähle Sie über das Inhalte. Follow mich. Das ist Schala. Eine wirklich nützliche Person. Ein Händler. Let's see what you've got. Luftflinte. Okay. Ent bis dahin. Ent bis dahin. Ent bis dahin. Ent bis dahin. Er ist sehr schön. Es geht alles. Ah, das ist gut. Aber das ist etwas gut. Ah. Holmes Brustplatte. Ich habe im Moment nicht genug Kohle. Wie viele Personen es da mit Namen gibt. So, wo bist du, Shala? Da. Nun gut. Wir haben bereits den Mechon ein Jahr gelesen. In der Battle of Sword Valley? Es hat uns mit einem falschen Gefühl von Sicherheit. Die Kolonier-6-Defense-Förse nicht sogar noch nicht bemerkt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Wie passiert mit Kolonier-9? Sie hat auch deine Kolonier-9. Ja. Es ist gut, dass du so viele hast. Wir haben einen Thaaran. Der Kolonier, das zu bedanken für das. Er und Gaddo. Der Gaddo? Er wäre mein Mann, wenn nicht für all das. Ja. 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 Written! Oye! Sch hade Trainings-1-2 Musik im 5ist. Oye kid! Rhein! Rhein! Dr구ensor? Weiss! 大丈夫! boneken? Ja. Zwei O-�onge��� Denkteste현. Watching Beijer und尽 �etahs ein wenig. Eure насколько man eher mitos sind. Sitative. Zwei M Aqui von lighten. R battery ist. Ich glaube, ich bin zu schwer auf ihn. Schock? Rhyne, du wirklich an mich an Gadot, wenn du Angst hast. Ich bin. Gadot hat uns geholfen, seit wir waren jung. Ich habe immer ihn als ein Großbritannien gesehen, aber er war eher ein Vater für Juju. Er würde ihn sagen, wenn er ihn auf gesagt hat, wie du. Ich glaube, ich bin nicht bereit, um jemanden zu sein. Oh, Schock, hat er wieder passiert? Ja. Du hast eine andere Vision. Oh, nein. Nein. Juju! Die Bucke ist weg. Er wird in Kolonien 6 sein. Er wird in Kolonien 6 sein. Ich bin nicht sicher. Ich denke so. Los geht's nach ihm, Schulk. Hold on a second. Was war das alles? Ich weiß, dass du das nicht glauben wirst, aber Schulk kann sehen die Zukunft. Die Zukunft? Das ist nicht möglich. Das ist das, was ich auch gedacht. Ich bin nicht sicher. Ich kann es nicht erklären, aber diese Vision, die ich habe, wird nicht wahr sein, wenn wir es nicht verhalten haben. Also, du sagst mich Juju ist in der Gefahr? Believe es oder nicht, das ist dein Geist. Aber ich würde es nicht verstehen, wenn es nicht für Schulk's Visions ist. Juju. Okay, ich kann nicht sagen, dass ich dich glaube. Aber was habe ich zu verlieren? Ich mag die Art du denken. Ich bin nicht sicher. Charlotte, du bist. Was? Nein, nichts. Oh. Was du tun? Wir müssen uns hier finden, Juju. Wenn du so sagen kannst, du bist wie Gadot. Das ist wie ich weiß, ich weiß, es nicht wertvolle zu sagen. Was bin ich? Ich bin ein Gadot substitu. Ich bin ein King Charlotte. Ich sah es in der Vision. Aber ich kann nicht stoppen, dass sie mit uns kommen. Ich weiß nicht, wie ich sie schützen kann. Aber ich habe es gemacht. Ich werde es in der Zukunft verändern. Sozusagen die Heilerin der Gruppe. Heilsalbe, Reinigungsschuss, Heilschuss, Schildschuss. Ja, 2000 U kann man gleich von das abgraden. Zum Beispiel Heilsalbe, Heilschuss, Reinigungsschuss, Metallsalbe, Narkose. Und alles auf eine Stufe erhöhen. All White 819. 439. Klar. Rückschlag. Immer eine gute Wahl. So, Wine. Schwerdramme. Hammerschlag? Nee. Knochenhaken. Knochenhaken. Dein Ebenwachdienst. So. Ernst. Ernst. Oder wie man das auch immer ausspricht. Keine Ahnung. Und da suche die Eterada. Noch was? Nee. Aber vor mir. rechts von mir. Da oben. Oh. 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 Ebenwachdum. Ach du. Hab mich gar nicht gesehen. Besiege Trainer Harmelion. Nördlich des Wendeltals auf der oberen Ebene des Bayonis. Eine Zeitbedingte Quest. Okay. Noch eine. Besiege den Wanderer Alfred im Tutan Hauptquartier auf dem Bein des Bayons. Alfred. Ich hab mich grad wieder voll versprochen. Du unten. Ja. Giovanni Mo. Voll auf ihn drauf. Besiege zwei Beckenzanger auf dem Bein des Bayonis. Und du kleiner. Kleine. Sammle auf dem Bein des Bayonis. Drei Mottenkücher. Hab ich schon. Abonnieren. Satata. Ok. Es geht nicht. Beste? Beste? Ich bin schreien. Wann wir den? Ich bin schreien. Beste. Let's compare the AP-SIM machine Bekensanga Da hat noch jemand eine Vision, okay. Sieh, gerade auf der Karte. Wow, das war knapp. Wo ist er, oder? Sieh. Besiege den Weißen Edward beim Seerröger auf dem Bein des Bergen, es nur bei Gebieter. Noch was? Besiege Gebietsfabauer, Saja. Besiege den Brutalen Andante nahe der Himmelsbühne auf dem Bein des Bionis. Noch was? Okay. Hey! Du, du! Charlotte, du kennst, warum Juju ging? Es gibt viele Möglichkeiten, um hier zu kommen. Aber er ist in einer Buggie. Ich denke, er wird den Raguel Bridge nehmen. Raguel Bridge? Es ist nicht weit. Es ist ein wirklich altes Brutalen, über die Zeit Kolonien 9 wurde. Okay. Wir machen das unser nächstes Mal. Sounds wie ein Plan. Charlotte, du gehst zurück. Leave any Monsters up to me and Shulk. Oh, was? Du denkst, ich kann nicht meine Werte in battle? Ich habe field experience als Medik. Wenn du dich verletzt hast, ich kann benutzen Aether zu patch dich auf. Nice! Ich bin immer wieder auf. Du bist eine große Hilfe. Du bist eine große Hilfe. Haha. Come on. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. Du lernst es nie. Beckensanga. Die. 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 Wie wenn ich es in Höhe? Jetzt. Die. 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 Das war's lustig. unglaublich. Hä, da schläft jemand. Habe ich dich aufgeweckt? Ah, was an Ebola. Ein Äthermonster. Physisch kannst du es nicht beziehen, du brauchst Ätherangriffe. Aha, ihr seid auch am Tag da, okay. Leute, der Part merkt sich dem Ende. Du, 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 du. Du, 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 du. Da, na, na, na. Okay, wenn du unbedingt einen Kampf wollt. Haben nichts dagegen. Das war wohl F1. Das war wohl F1. Nochmal kurze Schatztor prüfen. Ja. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal für heute. Ich sage mal, gute Nacht und man sieht sich. Das war wohl F1. F1. Das war wohl F1. F1. Vielen Dank.